Wir suchen alle nach unserem eigenen Weg und dem persönlichen Glück mit unserem Pferd. Dabei sind wir alle so unterschiedlich und eigen, dass es eigentlich gar keinen Nonplusultraweg gibt und wir uns immer individuell an die Situation anpassen müssen und nach individuellen Wegen suchen. Ich bin Laura Harmening und ich bilde Pferde mit Menschen aus. Beim Training geht es immer darum, die individuellen Stärken von Pferd und Mensch herauszufinden. Und sie zu fördern, beide dadurch zusammenzubringen. Und ja, das funktioniert nur, wenn beide miteinander arbeiten, der eine mit dem anderen arbeitet und letztendlich beide an einem Strang ziehen. Das Thema Kommunikation ist dabei der Kern der Arbeit. Dabei ist es eigentlich ganz egal, aus welcher Reitweise wir kommen oder in welcher Trainingsart wir trainieren. Kommunikation ist einfach der Hauptpunkt. Wir reden dabei über Körpersprache, über die Hilfe beim Reiten, über Stimmkommandos. All diese Sachen, die wir Reiter und Menschen mit Pferden als Hilfen verstehen, sind mit inbegriffen. Und dabei ist es eigentlich nur wichtig, dass es zielführend ist und Spaß macht. Auf unserem Hof leben ausschließlich Welschponys. Wir haben eine kleine Zucht für den Eigenbedarf. Und ja, ich habe mich dieser Pony-Rasse einfach verschrieben. Das ist mein absolutes Herzblut. Ich liebe diese wirklich wunderschönen und sehr kernigen Ponys. Die sind immer leistungsbereit. Die geben immer alles. Man hat da nie schlecht gelaunte Ponys. Und ja, das macht diese Rasse aus. Und deshalb ist die für mich perfekt. Lauras Hof, das ist unser Hof in Petershagen-Heimsen. Und wir haben uns hier eine eigenverantwortliche Pferdehaltung aufgebaut. Mit ganzjähriger Offenstallhaltung sowie Weidehaltung. Die Pferde können immer selber entscheiden, wo sie laufen möchten. Sind durch verschiedene Fressstellen immer dazu angeregt, sich zu bewegen. Ja, und dazu haben wir eine ganzjährige Trainingsmöglichkeit durch den wetterfesten Reitplatz. Und halt die Möglichkeit, Kurse und Seminare zu geben. So wie das Training mit dem eigenen Pferd vor Ort. Und natürlich auch unser Horse-Trail, der regelmäßig in Kursen für externe Teilnehmer zur Verfügung steht. Neben der Möglichkeit des Trainings vor Ort auf Lauras Hof, gibt es auch die Möglichkeit des mobilen Trainings. Dazu bin ich ganz regelmäßig in ganz OWL unterwegs. Fahre zu den Pferdebesitzern auf den Hof oder auch zum privaten Hof. Und ja, dort findet dann das Training von Pferd und Mensch vor Ort statt. Unsere Ponys sind in allen Sparten meines Pferdetrainings weit ausgebildet. Das heißt, sie sind in diesen Sachen echte Profis. Sie haben schon Messen gesehen, Trubel erlebt, schon vielen Leuten das jeweilige Thema auf den Weg gebracht und beigebracht. Und natürlich besteht die Möglichkeit, an diesen Ponys auch Unterricht zu bekommen. Und dafür sind sie ganz ideale Lehrpferde. Ziele und Wünsche muss man sich erfüllen. Das geht natürlich nicht von selbst, aber den richtigen Weg zu finden, ist auch keine Hexerei. Man muss eigentlich nur eins tun, anfangen und machen. Dahinter stehe ich mit ganz viel Herzblut und Motivation, sie auf diesem Weg mit ihrem Pferd als Partner zu begleiten. Pferde mit Menschen auszubilden Das ist mein Herzblut, ich brenne für den Job, ich will nichts anderes mehr machen. Ich liebe die Arbeit und ich hoffe, dass ich sie da genauso zu begeistern kann, mit ihrem Pferd zusammenzuarbeiten und wir einen sehr erfolgreichen Weg miteinander gehen. Auf meiner Homepage finden Sie alle Informationen über mich, meine Arbeit, meine Angebote, Kurse, Seminare und natürlich Lauras Hof an sich. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich einmal umzuschauen und ich freue mich sehr auf Ihre Kontaktaufnahmen.